Hi Leute, heute mal wieder mit normalen Haaren. Die andere Frisur schien ja sehr gut anzukommen. War aber keine Absicht. Es lag am veränderten Kalkgehalt in unserem Leitungswasser, als ich mir die Haare gewaschen habe, was dann dazu führte, dass die Haare nicht im selben Winkel wie auch sonst anliegen konnten. Und somit musste ich dann mit viel Chemie und so ausweichen. Und... ja, egal. Nein, was ich euch eigentlich sagen wollte, ist, ich finde es genauso scheiße wie ihr dann jetzt gleich, aber ich muss es jetzt einfach sagen. Ich bin schwanger. Und zwar am Samsonntag, den 5. März, November, August, im Jahre 2000 und schlach mich tot, habe ich euch gesagt, dass wir einen Netmob machen, und zwar mit Kondom. Ja. Erstmal haben einige von euch gesagt, ja, hier mache ich mit, sofort bin ich dabei. Und ich finde es auch richtig geil, die Sache ist nur... Gmx, also die... Ich habe ihr ja gesagt, schreibt mal hier die E-Mail an clemensalive.gmx.de Und das war ein richtiger Fail, denn... Gmx möchte nicht, dass ich auf meinen... auf meinen Account Zugriff bekomme. Denn immer, wenn ich mich anmelden möchte, heißt es hier Passwort falsch. Auch wenn es das Richtige ist. Und wenn ich dann sage, hier, Passwort vergessen, dann heißt es hier Bestätigungscode und blau und blie und blub. Und dann heißt es hier, neues Passwort eingeben jetzt. Dann gebe ich das neue Passwort ein. Zweimal, richtig. Sonst käme ich hier, stimmt nicht. Und ich gebe es einen drückend auf Bestätigen und es heißt wieder falsches Passwort. What the fuck? Auf jeden Fall habe ich es jetzt drei Tage versucht. Bestimmt 40 Versuche, ungelogen. Es möchte einfach nicht klappen. Und es ärgert mich total für die, die sich jetzt da schon das Video hochgeladen haben und jetzt natürlich den Download-Link nicht mehr haben. Aber es tut mir leid. Auf jeden Fall, Leute, bitte sendet jetzt die E-Mail. Falls ihr den Download-Link doch noch habt, dann sendet dieses Video an. Hier, claimitsaliveatgooglemail.com .com oder .de. Ich weiß es gerade nicht. Ich schreibe es euch dann hier hin. Das war es dann jetzt schon wieder von dieser ultra-professionellen Art und Weise. eine kleine Internetshow zu machen. Ja, und vergesst nicht hier zu gucken. Das nennt das Spiel heute Abend. Verarscht. Also, ciao.